Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Name ist Anna Maria Schlüssel, ich bin Geschäftsleiterin vom Linnenbaum in Pfäffiken Zürich. Dann machst du die Sichtreinigung und Stärmchen. Und dann kannst du hier gleich weitermachen. Ja. Also ihr zwei habt eure Arbeit. Im Linnenbaum können Menschen mit so einem Bildungsbedürfnis eine Ausbildung machen und auch wohnen. In den Bereichen Hauswirtschaft, Betriebsunterhalt, Gastronomie und im Kinderhaus können verschiedene Niveaus ausgebildet werden. Es ist gut, es gefällt mir. Und es gefällt es, wenn ich habe. Ich bin sehr gut beim WC-Erklärer, beim Reinigungswagen. Und ja, ich verstehe alles. Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 23 Jahre alt. Die Küche finde ich persönlich am kühlsten, weil ich zuhause auch gerne koche und Neues ausprobieren. Und da lerne ich halt auch viel Neues. Im Linnenbaum werden auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Es gefällt mir ziemlich gut, da ich die Möglichkeit habe, mit der Unterstützung, die ich brauche. Ich kann auch arbeiten. Für die grosszügige Unterstützung von SWISS LOS bedanken wir uns ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Psalm 9